So Leute, wie versprochen kein Intro und kein Outro, weil das ja auch keine Folge ist, sondern das ist die Zusammenfassung zur Tischrunde. Und also ich war mir ziemlich sicher, dass das mit der Aufnahme schon ziemlich übel wird und wir haben das ja trotzdem probiert, ist ja klar. Und haben das Mikro schön in den Raum gestellt, haben uns alle hingepflanzt und wir hatten diesen Spaß. Jetzt musst du dir aber vorstellen, erstens das Mikro, also ich meine das ist okay, es ist nicht das Beste von allen. Wir saßen unterschiedlich weit weg, man muss sich ja auch irgendwie im Raum positionieren, das heißt wir sind unterschiedlich laut. Was aber sehr laut ist, aus irgendeinem Grund, ist nicht direkt die Sprache, sondern das Geräusch, das es gibt, wenn jemand, wie ich, sich unablässig in sein gieriges Brotloch Chips stopft. Und das gehört ja zu einer Zwischung dazu, das ist ja ganz wichtig. Oder wenn ich auch gerne mal ein Fläschchen Bier auf dem Tisch habe, sitze, das ist auch echt laut. Und das hört man dann sehr gut, während man Flomi sehr schlecht hört, außer wenn sie pikiert und doch erregt, stöhnt, wenn Daddy immer wieder mit einem lüsternen Blick und einem Schnaufen auf die Oberschenkel klatscht. Was ja ungefähr auch so alle zwei Minuten der Fall war. Dementsprechend habe ich dann die Aufnahme genommen und mir gedacht, das schneiden wir raus und zwar alles. Und habe mir gedacht, ja gut, dann schreibst du auf, was da passiert ist und hörst die ganze Kacke nochmal an und machst da hier als schöne Zusammenfassung. Das waren ja auch zwölf Stunden oder so. Das ist auch nicht gut, wenn ich das geschnitten hätte, weil das, ja, also verschiedene Gründe. Erstens, wir sind sowieso schon ein bisschen weit voraus. Zweitens, ist halt qualimäßig nicht unbedingt das Beste. Drittens, so eine Tischrunde funktioniert ja anders. Ich habe ja auch die letzte Tischrunde, die ich davor hatte, die war 2013, 12, ich glaube 2013. 13, das ist echt lange her. Und das ist ja dann, wenn du zwischendurch ein Stück spielst, da hast du ja auch mal Phasen, wo es ein bisschen, wo dann alle ein bisschen abscheißen. Gerade wenn man halt früh um, wann haben wir angefangen, um 10 oder so, anfängst Birchen und White Russian in dich reinzukippen. Das ist auch okay und irgend so ein Bastard und ich glaube, das war auch ich. Kam auf die Idee, wir haben da Delhi auf dem Festival kennengelernt und ich habe immer eine traditionelle Festival-Faxe. Wir hatten auch eine für Delhi letztes Mal mit dabei, die dann am ersten Abend hier trunken wird. Und ich nehme einfach mal an, man kennt Faxe. Dieser ein Liter, nennen wir es mal, Bierersatz. Also ich trinke ja alles, aber weißt du, das Ding, wenn du das schon anguckst, verliert das ja sämtliche Kohlensäure innerhalb der ersten Sekunde. Das heißt, das musste dann irgendwie um zwei Uhr nachts, glaube ich, noch reingekippt werden, aber keiner wollte das angucken. Das war nicht schön. Der Einzige, der danach noch gesagt hat, das schmeckt richtig lecker, war Diddy. Die hat es ja nachher noch ein Bierchen gegönnt, aber das ist ja auch ein Nordmann. Ein Nordmann und Nordmänner, die sind ja einfach sowieso und so weiter. Weißt du Bescheid. Was war mein Punkt? Habe ich vergessen. Also wurde aufgenommen und bla. Ich hatte noch sogar zwischendurch gesagt, wir nehmen das nur noch auf für Zusammenfassung für mich. Und dann waren auch alle ein bisschen weniger furzscheu. War auch okay. So. Das ist quasi Präambel. Dann kann es ja jetzt losgehen. Bla bla bla. Das ist auch sehr interessant, was ich mir mal aufschreibe. Ah ja, genau. Also pass auf. Noch eine Präambel. Ich kam da irgendwie gerade dann ins Zimmer und die meinten beide, du, wir wünschen uns, wie bei dem Ding mit dem Camping, einfach, dass wir Müll bauen können und du nicht so hart mit uns ins Gericht gehst, solange es noch einigermaßen im Rahmen ist, wenn die uns nicht wie die letzten Vollidioten verhalten und wir immer einen Störsender mitnehmen. So. Und ich sagte, ja ne. Und damit sie quasi schon mal den Grundtonus für diese Runde setzen konnten, haben sie gesagt, okay, wir gehen jetzt irgendwo hin und kaufen uns einen blauen Pudel. Ja gut, habe ich mir gedacht. Gern. Mach das. Ich habe im SR5-was-auch-immer-Buch gelesen, dass der neueste Trend bei Haustier-Modifikationen, so genetische Biotics da, ist, Minitiere zu machen. Also, zum Beispiel einen Mini-Elefanten. Der geht dir dann nicht mal bis zum Knie oder so. Also so auch Pudelgröße oder so ein Shit. Also erstens dachte ich mir, wenn das geht, dann ist ein blauer Pudel kein Problem. Und zweitens wusste ich in dem Moment auch, was Platzkinder sich irgendwann mal wünschen. Und du, Papa, so eine Mini-Giraffe, die ist voll süß. Bitte, bitte, bitte. Jeder hat eine Katze in der Klasse, aber du bist der beste Papa der Welt. Wir wollen bitte eine Mini-Giraffe. Ne? Ganz klare Sache. Aber, ist jetzt auch, vielleicht mal später. Nein, der blaue Pudel. Den kaufen die sich und dann rufen die Konstantin an und sagen, du, wir haben einen blauen Pudel, lass dich mal mit dem fotografieren, da hast du eine Ausrede für deine Ahle. Ja gut. Die mussten den tatsächlich überreden, ich weiß auch nicht, warum der sich hat bitten lassen. War dann voll Idiotis, vermutlich. Und dann hast du aber gemacht, bla bla bla, so. Herzliche Freude, dass Gabern und Jojo an die denken. Ist ja auch nett. Dann war natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit diesem verdammten Scheißvieh? Erst kam die Idee, naja, wir bringen das einfach ins Tierheim. Da musste ich laut lachen. Tierheim? Na klar geht's in den Shell Run. Tierheim, es gibt eine Hundepension für einigermaßen gut verdienende Leute, die dann das Ding mal im Urlaub wegpacken könnten, also das Tier. Aber Tierheim, Alter, sicherlich nicht. Kann Skrotter lange dran essen. Also hat sich Kaba dafür entschieden? Ja, den behalte ich. Ist ja auch männlich. Das ist ja eigentlich echt eine gute Sache. Dann hab ich ihm das Versprechen abgenommen, dass es nur ein Flufftier wird. Und, also für die Jagden seh ich's auch noch ein, wenn er da einen blauen Pudel mit in den Wald nehmen will, okay. Aber halt nicht so viel Runs drin und so, weil ich ihm auch kein Geld dafür abgeluchst hab. Weil es ist halt einfach ein blauer Pudel. So. Kaban lässt sich natürlich nicht lumpen, okay. Kaban, äh, kauf dem Vieh erstmal einen Deluxe-Korb. Mit Massage-Funktion. Mit Wärme-Heizungsding ins Kissen. Ja, okay. Das ist in Ordnung. Er tauft diesen Pudel Roger. Später legt er fest, dass das Geschlecht des Pudels weiblich ist. Daraufhin lege ich fest, dass das ein französischer Hund ist und ne, eher nur folgendes beherrscht. Wüff. Gern auch. Knirr. So, also es ist richtig in Ordnung. Eee. Jojo denkt sich, okay, der hat jetzt einen blauen Pudel, dann baue ich jetzt einen Schlafpanzer für meinen Banditen. Für meinen Waschbären. Das ist quasi ein Panzer, der ist dann so, keine Ahnung, Knie hoch und irgendwie Meter lang oder so ein Shit. Ach nee, das Vieh ist ja länger. Also ein bisschen größer, egal. Kann nicht fahren, kann nichts machen. Aber, und der Deckel ist immer so ein bisschen aufgeklappt, dass er nie wirklich zugehen kann, dass halt das Vieh dann sich einsperrt. Aber es ist halt ein Schlafpanzer für meinen Waschbären. Okay. Warum nicht? Was noch? Äh. Nachdem das alles geklärt war. Weise ich Karban, weil er ja drum gebeten hat, daraufhin, dass Geburtstag ansteht. Er lädt sie zum Saufen ein. Natürlich erwähnte er ihren Geburtstag nicht. Ist ja auch netter. Will sie ja eh nicht. Es endet darin, dass Jojo für Karban Wingman spielen soll. Und sie in Alias ausprobieren. Aber hauptsächlich, dass Jojo für Karban Wingman spielen soll. Sehr gut. Karban trifft nach dem zweiten Barversuch, glaube ich, irgendeine Punkerin. Und die ja irgendwie damit kein Problem hat. Und sie vergnügen sich auf dem Barklo. Jetzt kommt der Punkt, okay. Der lernt die kennen. Der nagelt die. Und dann sagt er, ja, dann lass ich mir auch gleich mal die Nummer von ihr geben. Was? Ja, du. Die gibt's jetzt ja nicht. Das war halt ein Toiletten-Fick in der Bar. Auch wenn du ihr jetzt Pralinen kaufst, du kriegst halt die Nummer nicht. Das ist aber okay. Karban vermisst Freya offensichtlich sehr. Denn erstens hat er jetzt sich einen Sprite und einen blauen Pudel zugelegt, den er pflegt wie nichts anderes, mit dem er im Bett nach eigener Aussage auch gern mal, dann, also, da hat er was zum Kuscheln. Und dann will er auch noch von der erstbesten Hure, was nicht stimmt, Entschuldige bitte, der erstbesten Frau, die er irgendwie innerhalb von 10 Minuten überredet, sich mal kurz reinstecken zu lassen, dann die Telefonnummer haben und sie vermutlich auch heiraten. Finde ich okay. Ich finde es sogar sehr süß, muss ich sagen. Finde ich tatsächlich. Bla, bla, bla. Das war so der erste Teil. Warum unterteile ich das in Teile? Nur weil es hier steht. Ist ja auch nicht schlimm. Also ist auch nicht wichtig. Ist auch gut, dass ich einen Zettel und ein Textdokument habe und die sich beide widersprechen, finde ich. Das ist absolut, ja gut. Das ist interessant. Karban musste irgendwann dann im Laufe der Zeit eine Abhängigkeitsprobe machen. Der hat ja sehr viel getrunken. Und Daddy hat halt einfach gewürfelt, wie Daddy würfelt. Das heißt, er hat gesagt, ich kann jederzeit aufhören, wenn ich will. Und es stimmt. Das war ein bisschen schade sogar. Aber er hat das dann auch durchgezogen und öfter mal gesagt, nee, du, muss heute nicht mehr sein. Vor allen Dingen dann später. Aber dazu kommen wir noch. Dann, zweiter Teil. Agathe, Lady Biden, zu mir sprich. Wegen Eintritt Brennerei. So, die Brennerei, das, äh, wie war, also das ist eine Bar, okay? Das ist so eine, ich will nicht sagen Runner Bar, aber es ist halt leider so. Das Ding ist in einem Club für normal los und wenn du dann bekannt bist, gehst du da in der Tür rein und da bist du in der Brennerei. Das ist halt eine ganz normale Scheißbar, wo Runner sich treffen können, geleitet und geschützt von Agathe. Also, das sind jetzt keine, das ist kein Jackpoint, das sind keine Pros. Wirklich nicht. Deswegen sind die beiden ja auch drin. Ähm, du hast doch die Möglichkeit auf Data Havens zuzugreifen, was ich ihnen auch deswegen ermöglicht habe, die sind teuer, weil sie jetzt halt einfach keinen Hacker mehr haben. So, und dann hast du halt noch sowas wie, wenn da klar wird, dass einer mehrmals seine Kollegen verrät oder so, dann wird dort gerne Kopfgeld ausgesetzt, wo sich dann jeder beteiligen kann. Also, es gibt so eine gewisse Pseudorunner-Ähre dort, die wird nicht beim ersten Mal natürlich ausgesprochen, aber naja. Und es gibt halt die Bühne und die Bühne ist, wenn du Stress mit jemandem hast, gehst du da hin und prügelst dich. Dann legst du vorher fest, welche Siegbedingungen, also bis zum Tod, bis zum K.O., was weiß ich und welche Waffen. Und dann Shepherds, so ungefähr. Ist kein wirklich gutes System, mir aber egal. Ähm, dann Regel ist halt, keine Waffen mit reinnehmen und keine Vereinszugehörigkeit, keine politische oder Gang-Zugehörigkeit zeigen. Also, Jojo-Tattoos aus, easy. Ähm, dasselbe, also mit dem Kopfgeld, dasselbe gilt natürlich auch für Johannsons, wenn dort bekannt ist, dass einer öfter mal kommt und seine Runner irgendwie zerbumst, dann Kopfgeld und ab dafür. Das ist in Ordnung. Äh, so Agathe lädt sie, also ein, also Karbon und Jojo und erklärt sie das alles und sagt, ihr seid drin, ihr seid geil, so halbwegs. Und diese beiden sagen, okay, ist ja schön, rufen sie nochmal Vicky an und sagen, du, danke dir. Und die sagt, wer, na, wegen hier und so. Und die wusste natürlich nicht, dass er gerade die da irgendwie reingebracht hat, die beiden. Aber, die sind ja eh nicht und so weiter. Die besten meine ich jetzt miteinander. Und. Ähm. Vicky sagt, du, Karbon, ich hab so ein paar Sachen gehört, ich sei ein bisschen vorsichtig, dass du dort nicht ständig deine, so hat es nicht von mir, das ist immer noch Vicky, okay. Nicht ständig deine Eier rausholst. Und, das sind Leute, die sind auch zum Teil ein bisschen aggressiver, du bist ja eigentlich ein Netter und so weiter. Mach bloß, sei vorsichtig. Weil letztlich ist es ja auch so, dass wenn ihr dort Scheiße baut, ich hab euch vorgeschlagen, muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ihr euch wieder beruhigt. Und das kann und will ich nicht. Und er, in typischer Karbon-Manier so, ja, mach dir keine Sorgen, ich schau dir nur aufs Maul und so, ne. Und sie fand das nicht mal witzig. Ja, ja. Also, ich meine, dass das Karbon, ich weiß, dass das Karbon das auch total witzig meinte. Aber sie hat das, das hat sie sehr, fand sie nicht cool von ihm. Ja, und bei O.O. hat sie gesagt, dass sie, dass er gerade auch Gängerin eigentlich nicht gern nimmt, aber, naja. Ähm. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Genau, ne. Vicky erklärt ihnen das von der Bühne nochmal, weil es da irgendwie Unstimmigkeiten gibt. Und Jojo direkt. Karbon, dieses Ding ist keine Herausforderung für dich. Das fand ich schön. Ich habe jetzt natürlich keine Betonung, nicht die richtige gehabt. Denn sie meinte nicht, die schaffst du alle, sondern du versuchst nicht, dort unbedingt jemanden auf die Bühne zu zerren. Ist einfach, die Erwartungen an ihn, an den Jungen sind halt auch wieder mal großartig. Dass er sich benimmt wie der letzte Karbon. Schön. Fand ich eine gute Sache, eine runde Sache. Mit der Brennerei. Das ist jetzt... Guck mal, ein Zettel sehen wir uns. Mit der Brennerei. Okay, warum mache ich das? Erstens, wir haben sehr, sehr wenig Runner wirklich gehabt. Und es ist schwer, sowas richtig einzubringen. Und deswegen wollte ich halt so einen Grundstock. Dann brauchen die zum Teil NSC für irgendwelche Runs. Wie zum Beispiel mal einen Hacker oder so. Das heißt, den können sie dort bekommen. Dann ist es so, wir können natürlich... Leute, die hier vielleicht mal mitspielen... ...mitspielen... ...sehr viel einfacher über so ein System einbringen. Das birgt Vorteile. Nicht? Das birgt tatsächlich viele Vorteile. Außerdem haben wir festgelegt, dass die beiden jetzt auch mal einzeln... ...sicherlich von anderen Teams oder von anderen Einzelpersonen angeworben werden... ...über die Brennerei, um da Sachen zu erlegen, die halt nur sie können. Also Karbon irgendwas mit Krittern ist ja einfach Beste. Oder halt als sinnloser Verprügler. Jojo bei Magie oder Waffen Shit. Dass die ein bisschen einzeln voneinander was machen. Und ich dann sagen kann... ...okay, es geht jetzt um den und den Typen, den ihr sucht. Mit dem hat einer von euch schon mal zusammengearbeitet. Von dem habt ihr schon mal das und das gehört. Dass ich einfach... ...ne? Dass ich Dinge voranbringen kann, ohne dass wir es ausgespielt haben. Das war mir tatsächlich ein Bedürfnis. Genau. Juti. Bei dem Gespräch mit Vicky. Also ich versuche ja so ein bisschen die Anekdoten zu haben, wiederzugeben. Das würde mir nicht erlegen, aber ich versuche es. Auch die, die ich besonders hervorstechend fand. Pass auf. Wir sitzen da, hier spreche ich mit Vicky. Irgendjemand sagt Sauerkirsche. Selbstverständlich gab es hier an der Tischrunde Sauerkirsche. Also wird erstmal Schnapsgläser gemacht. Da ich Vicky spielen musste, war natürlich, ich sag mal, ein leichter Tremor vorhanden. Minimal. Das heißt, ich habe erfolgreich mir das halbe Ding erstmal über den Wandstück kippt. Das ist übrigens Dedication. Okay. Und echt eklig. Das klebt nämlich. Und dann die Hälfte auch tatsächlich in den Mund. Und gerade, als ich mir in einer sehr unweiblichen Jeste den verschmierten Mund abwische, mit dem Oberarm, guckt Deli und damit auch Kabern weg. Darauf habe ich explizit geachtet, weil Vicky sich ja dafür schämen würde, unweiblich sich die Kacke aus dem Gesicht zu schmieren, weil sie zu blöd ist, zu trinken, also zu krank. Das war einfach übel schön. Weil Deli ja in Sozialsachen manchmal nicht sofort, Kabern, in Sozialsachen manchmal nicht sofort rafft, was da vor sich geht. Und das war einfach so schöner Ausdruck dafür, dass genau in dem Moment der einfach wegguckt. Das war nicht gewollt, das war einfach wunderschön. So. Dann sind die von Vicky wechseln nach Hause. Jetzt kommt auch ein sehr schöner Teil. Also, uff. Sie gehört auch noch zu Teil 2. Ist ja interessant, was haben wir da alles gespielt. Irrelevant. Bei Kabern klingelt's. Und Freya kommt an. Und Freya ist sehr verheult. Okay. Und die wurde rausseschmissen. Rausseschmissen. Bei Neonet. Jetzt muss ich dazu sagen. Sie hat dabei ihre Sinn verloren. Ich weiß nicht genau, was sie gemacht hat. Sie muss schon unbeabsichtigt große Scheiße gebaut haben. Sie hat natürlich jetzt wieder Krankenversicherung. Sie hat keine Wohnung. Sie hat nicht mehr mehr ein Comlink gehabt, weil das Neonet-Eigentum ist. Sie hat quasi keinen Besitz mehr gehabt. Sie ist ein Nichts. Nur die Kleidung an ihrem Körper war noch ihr. Okay. Ich wollte mal gucken, was der Dude macht. So. Ne. Sie muss ihn vorher angerufen haben. Irgendwie von, noch von der Arbeit, wo er quasi beim Rausschmiss gerade war. Denn Kabern hat gesagt, okay, du kannst rumkommen. Und hat die Bude aufgeräumt. Damit es nicht so traurig nach Junggesellen aussieht. Damit es nicht so traurig aussieht, während er mit seinem blauen Pudel kuschelt. Aber na gut. Ist okay. Der lässt die rein. Die quatschen miteinander. Die ist natürlich fertig. Die hat ja auch keine Ahnung von der echten Welt. Die weiß nicht, wie man sich für einen Job bewirbt. Die wurde damals zugeteilt. Die weiß nicht, wie man sich eine Wohnung bewirbt. Die wurde ihr vom Comzern gestellt. Die wird hysterisch. Die hat keinen Comlink. Und er ist so ein richtiger Arsch. Okay. Er meinte, er hat sich OT sehr gefreut. Und IT waren, dass ihr mischt ihr, Fühler. Weil es ist ja noch gar nicht so lange her. Dass er die größte Liebe für sie empfand. Aber so. Er hat schon einfach ein paar richtig, so richtig schön eiskalte, böse Kommentare. Das war einfach wunderbar. So. Die durfte auf der Couch bringen wir übernachten. Ganz klar. Und dann musste sie irgendwie ihre Sinn beantragen und so. Das ist in ihrem Fall leider auch kein Problem. Eben weil Ex-Neonets Sinn und sowas sollte alles easy sein. Hab ich mir gedacht. Du musst halt bloß dich an den Behörden. Du musst Zeit mitbringen und so weiter. Aber die sind ja interessiert, dass du schnell eine Sinn kriegst. Weil du dann im System bist und die schneller verfolgen können und so weiter. Und dich besser kontrollieren können, ne? Das waren so meine Gedanken. Kavan ruft also in der Zeit Juju an. Und sagt, ich bräuchte mal einen Job für jemanden. Also so halblegal. Hauptsache Geld verdienen. Einfache Sachen. Wer denn Freya? Oh. Musste sich minimal das Lachen verkneifen. Dann findet sie über was. Also ich hab gesagt, denkt ihr halt was aus. Und sie hat gesagt, okay, das ist quasi eine Verkäuferin in irgendeinem Staffordcheck oder irgendwas ähnliches in Don Skoy und hat ihr da ein bisschen erzählt, was abgeht. Und Freya hat einfach nicht verstanden, warum da vor der Tür jemand steht, der aufpassen muss auf den Laden. Und Deli sagt halt, jo, damit er nicht plattgemacht wird. Das war schon mal, da hatte sie richtig Bock dann. Und dann sprachen sie von jemandem, dem das Gebiet gehört. Und Freya fragte sich, hä, wie soll denn ein Gebiet jemandem gehören? Na, der, 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 der Gänger, der Gangsterboss, der halt aufpasst und das Sagen hat. Da hatte sie noch weniger Bock. Dann hatte sie halt ein bisschen Schiss. Und Carvan hätte ihr fast eine Waffe gegeben. Einfach irgendeine Pistole, die er hat. Das hat Jojen zum Glück ausgeredet. Die Wohnung hätte er ihr auch geholfen. Also, der war schon gut dabei. Die ist natürlich auch super unterqualifiziert, weil ich mir das so gedacht hab, so ein Megakon, wenn du da schon in erster, zweiter, dritter Generation lebst. Eigentlich nur in zweiter, dritter, vierter. Dann wirst du relativ früh spezialisiert und relativ früh ob deiner möglichen Fertigkeiten eingeteilt. Das heißt, die, die vermutlich nicht so viel lernen, die, bei denen der Konzern weniger Potenzial sieht, ne, was ja auch sehr viel mit Geld zu tun haben könnte, aber naja, okay. Bei denen er sehr viel Potenzial sieht. Die werden in andere Schulen eingeteilt. Also noch krasser als jetzt halt hier. Das heißt, jemand wie Freya, der, wo du siehst, okay, die ist jetzt nicht die Allerhellste. Und ihre Eltern waren nicht die Allerhellsten. Die macht halt irgendwie siebte Klasse, achte Klasse Schule mit sehr, naja, sehr, sehr ausgesuchten Inhalten, die sie da lernt. Und danach ist quasi, der Rest ist Berufsausbildung, damit sie schön mit 16 anfangen kann. Das ist so ungefähr meine Idee da gewesen. Deswegen kann die auch nichts. Deswegen ist so ein Lohnstreiber bei mir, wenn er rausfliegt. Und, naja, der muss gucken, wo er bleibt. Ähm, so, Freya war also übelst eingeschüchtert davon, dass dort, ne, dass man offenbar jemanden braucht, der auf einen aufpasst und das Kabern ihr einfach eine Waffe gegeben hätte, weil es offenbar nötig ist. Also, ja, Zujo, sagt Zujo, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein musst du dir schon zulegen. Das macht natürlich, also das gibt ihr natürlich kein Selbstbewusstsein. Nein, das lässt sie mit schräggewalteten und großen Augen Kabern anstarren. Voller Angst. Da sagt Zujo, und ich möchte bitte, dass du dir jetzt nochmal auf WordPress das Bild von Zujo anguckst. Zujo sagt, lass mal die Püppchenmasche. Okay. Ja gut. Der SC, der den Spitznamen Nastja bekommen hat, weil er so ein kleiner niedlicher ist, ne? Also, kleiner niedlicher SC war jetzt komisch, aber ist egal. Der erzählt dann, lass mal die Püppchenmasche. Na gut. Ich meine, sie hatte nicht ganz Unrecht. Hätte bei Kabern auch gut funktioniert. Aber trotzdem. So. Innerhalb dieses hier spreche ich es. Vor allem des erstens, als Zujo noch nicht dabei war. Es gehört meiner Ansicht nach, zu den Kernkompetenzen eines Spielleiters auf Kommando heulen zu können. Okay? Das ist wichtig. Und ich meine damit nicht so übertrieben, sondern richtig. Jedenfalls, wenn die Situation ein bisschen länger geht. Das muss, fünf Minuten, sechs Minuten muss es dem Spieler das Zeit geben. Das heißt, wenn ich mich mit Kabern unterhalte und ich Freya bin und es ja richtig schlecht geht, muss ich heulen können. Jetzt hat der Saftsack mir das natürlich versaut. Ich habe mich sehr angestrengt. Aber er hat dann immer wieder gesagt, ja, jetzt, gleich fließen die Tränchen. Und das bringt mich natürlich raus. So, vielleicht habe ich auch einfach nicht keine Kompetenz. Aber, das ist wichtig. Spielleiter da draußen. Ihr könnt nicht, ihr könnt nicht die Echse von dem Typen, den sie betrogen hat, ankommen lassen und denken, ihr kommt damit durch, dass ihr alles für die macht, wenn ihr nicht heulen könnt. Männer sind ja bei heulenden Frauen. Ey, sag mal, sehr hilflos. Und reagieren individuell sehr interessant. Da gibt es die schönsten Sachen. Es ist ein Genuss, okay? Da kann man, da schließt sich auch keiner aus, nehme ich an. Das ist also ganz furchtbar, ne? So, das heißt, wichtig. Jetzt ist natürlich, ja, ja, vielleicht ist mein Bata im Weg. Aber dennoch, ihr versteht den Punkt. Das ist eine wichtige Fertigkeit, die ihr lernen müsst. So. Letztlich, bei dem ganzen Ding jetzt. Freya lehnt den Job ab. Weil sie das Gefühl von zu großer Illegalität hat. Sie erkennt, wie schlimm Illegal Kabern wirklich operiert und was Jojo ist und wie Jojo ist und was Jojo tut. Will sie nicht. Ich denke, verständlich. Also, die hatte einfach Angst. Und ihr wurde immer gesagt, kriminell schlecht. Daraufhin schmeißt Kabern sie raus. Ne? Aber dann doch hat ihr noch. Ist okay. Sie meldet sich dann irgendwie spät nochmal und sagt, sie hätte was gefunden. Er kriegt sein Komnik, was sie ihr geliehen hatte, zurück. Und ich habe ausgewürfelt, wie erfolgreich sie ist. Und ich habe ausgewürfelt, wie willensstark sie ist, bevor sie vielleicht irgendwann nochmal zurückkommt. Was, denke ich, nochmal okay sein. Also, ich denke, ich hoffe mir schon was, wenn ich dann irgendwann nochmal sage, die Freya, die ist nochmal da. So, haben wir das auch erklärt. War wirklich schön. So, dann Silvester. Ihr merkt nicht. Du merkst, wir springen ganz schön viel. Wir haben ja, glaube ich, irgendwie so am 7. Dezember angefangen in Time bei der Tischrunde. Wir werden Ende Januar aufhören. Also, das ist echt viel Zeit, wo aber auch echt nichts passiert. Meinetwegen. Karban feiert Silvester mit Jojo und der Gang und wacht auf dem Klo auf. Er hat einen Kater und wurde verprügelt und irgendwie wurde er angeleint. Ich glaube, er wurde angeleint. Aber so, dass er sich auf jeden Fall selbst befreien kann. Und mit Klo meine ich übrigens das Troll-Dixie, das bei der Gang noch draußen stand zu dem Zeitpunkt, wo der auch noch keine Putze hatte. Was natürlich riecht wie ein Troll-Dixie. So. Hab ich schon gesagt, dass er arg verprügelt wurde? Ja. Gut. Er geht und ruht sich aus. Erstmal bleibt's dabei. So. Dann rennen die zur Brennerei. Die wollen sich das ja auch mal angucken. Karban sagt hier schnell bei einem Barkeeper, weil ich gesagt hätte, das ist eine Möglichkeit, da kann man halt so sagen, hey, ich bin da, ich bin da Karban, ich mach Dinge mit Tieren. Äh, und ich kann gut Leuten aus dem Maul hauen und dann, ne, falls dann, dann ist ja der Barkeeper quasi der Vermittler. Der lacht ihn erstmal gut aus, wegen des Namens Karban. Weil, ich mein, letztlich ist es, heißt es ja auch Wildschwein, da kann man schon mal lachen. Und er ist halt ein ziemlicher Arsch. Dann treffen sie Potr. Aber mit dem, easy. Dann war die einhellige Meinung, wir brauchen mal ein bisschen Action. So. Also, hab ich ja gesagt, Juti, Proto kommt rein. Und er hat so eine Hackerin im Gepäck. Ich denke, ich werde mir das Bild einfach mal sparen. Ja, braucht jetzt nicht. Also, sie hat eine Hackerin im Gepäck. Und, die erkennt Karban, also als Karban ihr vorgestellt wird, kurz, ja, und das war irgendwie ganz nass, ja, und das ist, äh, Rübli, oder eigentlich heißt er ja Karban. Und, äh, direkter Ausraster sagt sie, alles klar, keine persönliche Scheiße, oder was, du Wichser, du kommst jetzt mit dir auf, wir prügeln uns jetzt. Und der sagt, täh, guckst du dir an, die Hackerin, das ist ein Mensch, ich bin nett zu dir. Oh, komm mal, komm mal, mit mein Kind. So, Leute. Natürlich in der ersten Runde cheatet sie ein bisschen mit Augenhacking, ne, du kannst ja über einen Agenten immer noch so ein bisschen was machen und über Viren, so. Und natürlich hat sie dann die Möglichkeit, nochmal Dirty Tricks anzuwenden, aber letztlich bringt das ja nur zwei Kampfrunden. Der Kampf gestaltet sich folgendermaßen. Sie hat sechs Würfel im Nahkampf, das ist viel für einen Hacker, ja. Aber die ist generell eher der aggressive Barschläger. So, deswegen hab ich gedacht, das ist noch okay. Das ist noch okay. Sie ist halt immer noch ein Mensch. Er hat halt immer noch mehr als doppelt so viel Konsti und mehr als doppelt so viel Stärke wie sie. So, im Laufe des Kampfes kassiert sie einmal hart und er trifft sie dann nie wieder. Bis zum Ende. Nie wieder. Wir haben anderthalb Stunden diesen Kampf ausgewürfelt. Und sie ist einfach ständig ausgewichen. Die hatte sechs G, nachdem er sie beim ersten Mal ordentlich verwemst hat. Und dann war's das. Zwischendurch hat Kaban auch einfach mal gepatzt. Ja gut. Das war einfach ein Kampf. Ich weiß nicht. Das war wunderschön. Der ging ewig. Zwischendurch, am Anfang hat Jogi noch sowas gesagt wie Ja, der ist ja ganz schön verkatert noch. Der Kampf geht weiter, er trifft sie nicht. Sie trifft sie immer wieder so ein bisschen, dass ich am Ende bei ihm 4G oder so hatte. Ich mein, der würfelt ja alles runter, das ist wenn ich ihn mal treffe, ne. So, hatte ich irgendwann mal Glück, dass ich ihm überhaupt Schaden gemacht hab ab und zu. Aber sie trifft ihn deutlich öfter zumindest. Kommt halt nun nicht durch. Die kämpfen weiter. Jojo sagt sowas wie Ja, hätte jetzt auch nicht so viel Konterschnaps trinken sollen. Das, äh, also ich mein Äh, und Proto Ja, ja, und der schlägt bestimmt auch keine Frauen. Äh, äh, das ist ja eigentlich ein ganz netter. Und dann liegen die beide am Boden. Also jetzt nicht Proto und Jojo, sehr klar. So, die, sondern die auf der Bühne. Flummi fällt keine Ausrede mehr ein. Sie fragt sich unterdessen, und das fragt sich auch Jojo laut, ob die sich noch prügeln oder ob das schon das Vorspiel ist. Ich stelle mir dieselbe Frage. Daddy wird wütend. Der Kampf ist richtig dumm. Es passieren Dinge wie Er greift nach ihrem Kopf, also in ihr Haar und versucht ihren Kopf auf den Boden zu schmettern. Sie liegen ja am Boden. Ich weiche quasi aus. Das heißt, ich habe beschrieben, dass sie ihren Kopf weggezerrt hat, offenbar in einer Geste der puren Wut und sich Haare ausreißen lässt. Und da, weißt du, nicht. Und so weiter. Am Ende gewinnt Kabern knapp. Er hat 5G von einer Hackerin bekommen. Mit Stärke 3, Consti 3 und 6 Würfel im Nahkampf. Was gar nicht so wenig ist. Aber okay. Er ist halt ein Prügelrock. Hm. Ja gut. Wir lachen herzlich. Nicht mit Daddy. Sondern über ihn. Daddy kommt dir auf die ganz hervorragende Idee, weil ich sagte, jetzt, daraus muss auf jeden Fall ein neuer, ein neuer Straßenname kommen. Irgendwie, weiß ich nicht, Matrix-Opfer oder so. Daddy kommt auf die hervorragende Idee, dass sein neuer Straßenname vermutlich Frischling wird. Das gefällt mir ausnehmend gut. Gabern gefällt das nicht gut. Aber naja, was will man machen. Die Hackerin danach, ich meine, die haben sich dann geprügelt. Die ist so eine typisch, weiß ich nicht, ja, so eine, die das dann halt akzeptiert und sagt, wenn du aber nochmal machst, das nicht, du Wichser und gibt auch zu, dass sie nicht so viel Bock hatte, sich Haare ausreißen, zu lassen, also ihren Kopf wegzuziehen, sondern das war halt aus Versehen. Also die war, ich wollte nicht, dass die so als über krass dargestellt ist. Ist ja auch besser so, weil dann jeder weiß, dass Kerber gegen einen fucking einfachen Hacker verloren hat. Schön. Alter, das geht schon eine halbe Stunde. Ach, du Scheiße. Jotti, tut mir ein für dich, aber ist ja auch nicht so schlimm. Für mich nimmt das immer noch weniger Anspruch in Zeit als sonst. Anspruch in Zeit ist übrigens auch die richtige Formulierung, das machen viele falsch. So. Akt 5. Sehr interessant. Ich habe jetzt keine richtige Aufnahme mehr. Sehr interessant. Oh, das war das Schöne. Pass auf. Ich muss, also ich meine, es geht schon eine halbe Stunde, aber da haben wir jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeit, ne? Wie fange ich denn da an? 2011? 2011? Ist das richtig? Ich denke schon. Ja. Ja. habe ich das erste Mal mit Flummi gespielt, mit Edgo gespielt und mit zwei anderen Dudes gespielt. Das war eine wunderschöne Runde und ich liebte sie. Das war meine erste richtig lange Runde im Internet. Also was heißt richtig lang? Die ging irgendwie nur ein halbes, dreiviertel Jahr, aber richtig, also richtig, wie nennt man das gleich? Die war halt jeden Dienstag zuverlässig und so ein Shit. Und das ist halt super lange her und da habe ich das erste Mal Spiele hatten ausprobiert in die Richtung, die ich es dann später machen wollte. Vorher hatte ich ja keine Gelegenheit mit meinen Schulbros. Das funktioniert ja einfach nicht. Da spielt man den Spielstil, den die Schulbros spielen und nicht das, was du willst. So, im Internet hast du ja Leute, hast du ja die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, die das machen, worauf du Bock hast. Das ist ja das Schöne. So, der eine Bro, der da mit dabei war, war aber halt ein Schwulbro und das ist mein Ehemann. Also das war irgendwie sauer. Wir waren mit 17 Saufen in der Stadt und die sind dann alle zur Burger King und ich sagte, Alter, seid ihr bescheuert, Geld raussauen, bin ich überhaupt nicht betrunken, ich brauche nichts zu fressen. Und der Dude kam dann raus, hatte gegessen und sagte, den schaffe ich nicht mehr, hier willst du einen Burger-Trolley. So, und da sagte ich natürlich, das einzig Vernünftige, willst du mich heiraten? Und dann seitdem, Beste, okay? Okay, übelst cooler Dude. Der war aber da 2011 noch sehr jung. Ne? Wie formulieren wir das jetzt? Weil das ist wirklich der beste Dude. Der hat leider viele Menschen nicht ernst genommen, nur weil sie eine Vagina haben. Und dann vor allen Dingen aus irgendeinem Grund, vor allen Dingen kleine Menschen mit Vagina hat er nicht ernst genommen. Der, der musste seine Rolle noch neu finden, okay? So. Ähm. Und wir waren dann das erste Mal 2011 auch zur Tischrunde. Und da haben wir, also leider konnte Edgo nicht, aber ich liebe ihn trotzdem. Auf jeden Fall waren wir da, alle da. Und der Charakter des Schulbros hat ziemlich, nennen wir ihn einfach mal, ganz zufällige Lian, okay? Lian hat ziemlich einen Bockmist gebaut. Und Jojos, also Flummis Charakter hat ihn dann zusammengeschissen. So. Flummis Charakter war ungefähr 1,60 groß. Der Charakter von Lian war ungefähr so, keine Ahnung, 1,90 Mensch. Richtig schlimm. Das ist ein Größenverhältnis, was auch in der Realität, also wenn man diese beiden Menschen dazu sieht, stimmt. Also Flummi ist halt irgendwie auch ins, keine Ahnung, 60 und der Typ ist ungefähr 1,90. Und die scheißte ihn zusammen und ich sagte, stopp, bitte steht doch dazu auf. Ich spürte, das würde gut. Also standen die auf. Und Flummi machte den Typen in time zur Sau. Und auf eine Art und Weise, dass er erst immer kleiner wurde und sich dann immer öfter Hilfe suchend zu mir umsah. Das war wunderschön. Sie hat ihn vernichtet. Das hat langfristig nicht viel geholfen bei ihm, also in Bezug auf nimmt man Frauen ernst, aber es hat ihn für den Moment einfach auf eine Art und Weise zerberstet. Die kann man sich nicht vorstellen. Das war wunderschön. So. Das war jetzt ein langer Vorspann. Aber. Akt 5 beginnt damit, dass Jojo erfährt, warum Karwan eigentlich Silvester verprügelt wurde. Und zwar habe ich mir überlegt, ich habe ihm das angedichtet, ja, ich bin schlechter Spielleiter, aber ich halte es immer noch für realistisch, dass das Karwan passieren konnte in der Zeit. Er war sehr betrunken. Und zwar hat er irgendwie so ein bisschen, so nicht rumgepöbelt, das machte er ja nicht direkt, aber halt so ein bisschen auf seine witzige Art hat er gesagt, hier nehme ich jetzt alles nicht ganz so ernst. Und dann kam irgendwann die Gängerin, die sowieso zu der Zeit noch versucht hat, ihren Stand da zu finden und sich durchsetzen muss, um zu zeigen, dass er halt auch als Frau oder rundlich rumpeln kann, das ist ja in der Gang so, kam an und sagte, wirst du Stress? Also so ungefähr. Und er meinte, ja, was willst du, Frau, ich schleiche nicht. Ich hielt das für sehr realistisch. Okay? Daraufhin hat sie den Hals zerrummst. Und da kam Jojo bei ihm an und hat ihn zur Sau gemacht. Ich hätte das wirklich gern extrahiert und hier eingefügt, kann ich aber leider nicht, weil sie quasi hinter dem Mikro saß zu dem Zeitpunkt nicht so geil. Also verstehe ich quasi nichts. Aber die hat ihn zur Sorge gemacht und ihn gefragt, ob er eigentlich Respekt vor ihr hat und was das dann für eine Scheiße soll. Und nicht hysterisch die Stimme sich überschlagend irgendwie, sondern einfach brutal wütend. Das geht nur bei einer Tischrunde. Das geht halt im TS nicht, weil du guckst dir das blaue Leuchten im TS an und denkst dir, ja gut, okay. Aber wenn die vor dir sitzt, das ist wie eine wütende und enttäuschte Mutter. Okay? So ganz unangenehmes Gefühl. Also jedenfalls ist dann die Wirkung so, habe ich das Gefühl bei den Leuten. Ich bin ja kein Spieler, ich habe ja Glück. Also die hat auch Kabern einfach vollends vernichtet. Okay? Der Deli, der saß hier, guckte auch hilfesuchend und natürlich vorwurfsvoll zu mir, weil ich hatte sie in den Jahren gedichtet. So. Und er kriegte immer größere, unschuldigere Augen. Auch der wurde im Sitz kleiner. Okay? Es war ein Genuss und danach ist sie wieder abgezogen. Worauf ich natürlich anmerkte, dass Jojo doch eine echte Frau ist, weil sie erst den Typen zur Sau macht und ihm dann keine Gelegenheit gibt, sich zu verteidigen. Aber sie meinte, nee, das kommt ja daher, weil ich nicht exploden wollte mit Magie, denn die war echt wütend. Es war wunderschön. Vor langer Zeit haben Leute mal in den Kommentaren gefordert, dass Jojo sich da ein bisschen durchsetzt. Das war hier bei den Psychologie-Run. Also nicht gefordert, aber gesagt, Karban nimmt sich an schon viel raus, nimmt die an schon wenig ernst. Da hattet ihr es. Die hat ihn einfach. Es ist wirklich schade, dass ich das jetzt hier nicht präsentieren kann, aber es hätte auch nicht die gleiche Wirkung, wie es, wenn man hier gewesen wäre. Wie gesagt, enttäuschte, wütende Mutter und zwar richtig wütend. So. Bla, bla, bla. Da Karban in der Zeit viel gelitten hat, und wir wollten eigentlich allem noch Spaß haben. Erst wurde er von einem Hacker verprügelt, wird jetzt Frischling genannt und dann kam Jojo. Da habe ich nochmal Vicky auftauchen lassen, damit die sich kurz bei ihm entschuldigt, dass es nicht falsch rüberkam und so weiter, dass sie ihm da gesagt hat, der soll sich gefälligst und so weiter zusammenreißen. Passt auch einfach zu Vicky und ich wollte auch einfach, dass Karban mal wieder was Nettes hat. ne? So. Karban ist bei Ivan, um seine Cyber-Augen überprüfen zu lassen. Die wurden jemanden gehackt und es war ja immer mal so, dass ich angesprochen hatte, dass Medikamente gerade relativ teuer sind und wir wollten halt sowas wie nur nochmal machen. Also habe ich gesagt, hier, ihr könntet mal aus einer Lagerhalle von Jettkin Zeug holen, was sowieso verschrottet werden soll, weil es schlechte Publicity hat gerade die Ware, obwohl sie gar nicht so schlecht ist. Da gibt es ja diese kleine Kacke da. Und Karban sagte, komm mal gucken, komm mal machen. Ja, hier, 3K-Anzahlung haben sie bekommen und dann sollte das bald losgehen. Ähm. Dann habe ich noch zwischendurch eingebracht eine eine Horizon-Serie, nämlich Runners Daily. Das ist quasi eine Reality-Show, bloß die ist halt wirklich real. Das sind die Leute, die sich wirklich hart mit Horizon verkacken, also die dann sinnlos irgendwie Sachen in die Luft jagen und ganz viele Menschen umbringen, obwohl sie es nicht hätten machen müssen und so. Die werden dann quasi so hart verwandt, wie es geht und dann über einen Monat oder so gefilmt und dann wird das hier filmt halt einfach einen Monat später in der Serie verwurstet. Und natürlich wird dann sobald das rauskommt keiner mehr mit denen arbeiten und die werden früher oder später umgebracht. So, das wollte ich den beiden nur sagen. Einfach, keine Ahnung, damit und so weiter. So, dann um den Run mal ganz, ganz kurz zu machen, so kurz wie geht. Die fragen ein bisschen rum, sammeln Infos, bla bla bla, fragen dann die Eisbrecher, ich sag das mal falsch, die IC-Brecher. Dann ist es nämlich witziger. Ha ha, ha, ha 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 ha. So, um Hilfe, also das ist so eine Hacker-Gang, ähm, wobei Jojo wie in den letzten Folgen jedes Mal Karban klar macht, du hältst die Fresse, bis du angesprochen wirst. Sehr gut. Ähm, dann treffen sie sich da quasi mit dem Anführer. Nietzsche. Nietzsche, weil Gott ist tot. Wortwitz ist einfach genial. So. Und machen mit dem aus, dass er sie quasi so mit Hacking, dass sie ihm mit Hacking ein bisschen aushilft und dass sie dann quasi nur reinfahren müssen, ihr gefälschtes Dings davor zeigen, ihren Abholschein und dann kriegen die halt ganz viele Medikamente aus dem Lagerhaus und der will bloß 20% und eine bestimmte Palette mit einem bestimmten Antibiotikum, was er dann halt unseren Leuten bringen will. Boom. Easy. Mh. Die gehen dann auch zu der Lagerhalle, da stehen halt so Dudes davor, dann werden die quasi erwartet, was sie nicht wussten, weil der Abholschein war quasi nicht nach dem Motto, ne, wir werden erwartet, werden da reingeführt und treten dann vor so einen Faraday-Schen Käfig und kriegen irgendeine Plastikkiste, die irgendwie abgeschirmt ist. Kerban hat daraufhin eine kritischen Patzer bei einer Sozialprobe, ich denke es war Impersonation, Gebräuche, irgend so ein Shit. Ja gut, Erklärung, auf das, in dem, in der Plastikkiste waren eigentlich nur Datenchips drin, wo die Patientendaten verkaufen wollten, also Njetkin, um sich gerade ein bisschen Zusatzkode zu verdienen, weil es ihnen ja gerade schlecht geht, so an die Wuri glaube ich. Ich glaube ja. Jojo denkt sich, Scheiße, wir haben hier eine Plastikkiste, die wollten wir überhaupt nicht und ich weiß nicht, wen sie beklaut und was sie da klauen, deswegen sagt sie, deswegen sind wir nicht hier, sondern wegen Medikamenten. Der Typ sagt, okay, ich dachte, sie wären die anderen, geht dann mit denen wieder raus. Versucht, jetzt nochmal ihren Abholschein zu verifizieren, das geht aber nicht, wegen der Art, wie das gehackt wurde, also von den, von den IC-Brechern. Deswegen stören die IC-Brecher jetzt das Signal der Wachleute. Jetzt sind sie natürlich ein bisschen misstrauisch und sagen, tut mir leid, sie können die Scheiße jetzt nicht abholen, weil ich gar nicht weiß, was genau das sein soll. Da müssen sie sich mit der Zentrale in Verbindung setzen. Geil. Karban benimmt sich in der ganzen Zeit wegen dieses Patzers tatsächlich sehr daneben. Ausgezeichnete Sache. Er hat sich wirklich schön bemüht. Jojo rettet ihn mit, ich hab dir gesagt, du sollst dich krank scheiben lassen. Das war gut, das war ehrlich gesagt so kreativ, dass ich das ausreichend fand als Rettung. So. Ähm... Am Ende entscheiden sie sich dafür, einfach die beiden Wachleute platt zu machen und sich den Scheiß zu holen. Leider kommen da weitere Dudes. Und zwar deswegen, und die auch nicht aussehen wie Wachleute, sondern eher so wie korrupte Cops, weil halt die Patientendaten verkauft werden sollen und so weiter und die da ein bisschen nochmal Leute reingeschickt haben, die vorher nicht zu sehen waren, weil sie das, die sollen sich halt bedeckt halten, sondern man die nicht braucht. Bam. Meine Runner waren sehr vernünftig in dem Moment. Sehr vernünftig und haben gesagt, gut, dann verpissen wir uns. Wir lassen uns nicht auf den Kampf mit denen ein, solange wir noch können, rennen wir jetzt einfach. Jutti. Sie haben dann irgendwie mit dem, mit den Videos, die sie hier gemacht hatten und so von dem Plastikkasten, haben sie ein bisschen Taschengeld verdient an Paydata, das war nicht viel. So. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Aha. Danach war noch Eröffnung des Tollf, also Tears of a Lonely Viking. Das war der beste Name der Welt. Und Karban hat sich dort nicht mal betrunken, denn er hat gesagt, überall dort, wo Gang sein könnte, und das ist ja letztlich schon damit in Verbindung stehend, werde ich mich nicht mehr betrinken. Der Karban, der wird noch, Leute. Der hat sie gelernt. Jojo hat ihn einfach zerberstet. Ich meine, natürlich, die kann man ja auch nicht immer ernst nehmen, ne? Guck dir, guck dir das Mädchen an. So eine Süße. Aber, er ist immerhin auf dem Weg, dass man, äh, denken könnte, er würde es fast tun. Schön. Habe ich was vergessen? Ich denke, sehr viel. Aber, erstens, ist das schon nie ein schönes Lange, was ich jetzt hier zusammengesammelt habe. Und zweitens steht hier nichts mehr. Von daher nehme ich an, das ist okay. Jotty. Dann würde ich sagen, nächstes Mal wieder sinnvolle Folge. Und, äh, bleibt geil, ihr kleinen Milzbros. Bild, hier wohl Chibi. Rechtlicher Scheißkanal, äh, Videobeschreibung.